Ho, ho, ho und willkommen bei dem WoW Adventskalender mit Barclay und Araxo. Euch erwarten 23 spannende Minispiele, in denen ich Araxo mal wieder richtig fertig mache. Dieses Jahr bestimmt nicht, denn der Weihnachtsmann ist auf meiner Seite und ich werde dich platt machen. Das denkst du, denn ich habe letztes Jahr im Adventskalender gegen den Wurks gewonnen und deswegen bin ich der Oberweihnachtsmann. Ich habe deine Taktiken durchschaut, ich habe deinen letzten Adventskalender genau angeguckt und ich habe mir alles angeguckt und aufgeschrieben. Ich werde dich auf jeden Fall fertig machen. Das ist überhaupt kein Problem, denn ich habe schon die Übung, du hast die Theorie, ich habe die Praxis. Der Weihnachtsmann wird uns dieses Jahr wieder 23 goldene Nachrichten überbringen und uns befehligen, was wir denn machen sollen, wie wir uns duellieren sollen. Genau. Und ich bin schon ziemlich zuversichtlich, dass ich gewinnen werde, denn dieses Jahr ist das Punktesystem ein wenig anderser. Und zwar so wie bei Schlag den Raab. Ne? Ja. Wir übernehmen das einfach mal aus Schlag den Raab, machen das mit 24 Türchen. Das heißt, das erste Spiel gibt einen Punkt, das zweite Spiel gibt zwei Punkte. Genau. Und das dritte Spiel gibt... Neun. Drei. Drei Punkte und das elfte Spiel gibt elf Punkte. Somit wird sichergestellt, dass der Barclay so eine hohe Punkte zer hat und so hoch... Was machst du nur, damit du so einen Fortschritt hast, dass ich nicht mehr hinterherkomme? Ja, dann werde ich so viel Vorsprung haben und dann werde ich gewinnen. Werde ich dich mit einem Spiel besiegen? Ich glaube, wenn du wenig Punkte hast und ich gewinne das 23. Türchen. Ja und, dann kriegst du 23 Punkte, wenn ich aber das elfte, das zwölfte... Du weißt ja bestimmt, dass du jetzt jedes Spiel gewinnst hier. Ja, ich gewinne sowieso. Ne, ne. Na, aber doch. Der Box hat dich nur gewinnen lassen. So, ganz wichtig, ganz wichtig. Wir sind ja zusammen. Wir sind ein Pärchen und ich möchte mit dir einen Deal ausmachen. Egal, was in diesem Weihnachtskalender vorkommt. Denn ich werde so böse sein, egal ob ich gewinne oder verliere, ich möchte nicht, dass es Auswirkungen auf unser Real Life hat. Kannst du mir versprechen, dass egal, was passieren wird in diesem Adventskalender, dass du mir nicht böse sein wirst? Dass du weiterhin mit mir... Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Ja, warte, lass mich kurz nachdenken. Es wird böse... Ja, wie nein? Ja, kann ich nicht versprechen. Na, Quatsch. Ja, es ist WoW und das andere ist was anderes. Weil ich bin böse. Sei mal echt böse. Also, versprichst du es mir, gib mir die Hand. Ja. Okay. Liebe Barclay, die Hand, Sie sehen das ja. Liebe Leute, ich werde Aktion wieder machen. Ja. Und es hat hoffentlich keine Auswirkungen auf mein Real Life. Nee, nee. Ja, liebe Leute, dann freuen wir uns, wenn ihr viel kommentiert, wenn euch die Videos gefallen. Ja, und schaut ab dem 1. Dezember rein. Macht's gut und... Bye, bye. Bye, bye.